Herzlich willkommen zum Experten-Talk bei 1x2.com für den Samstag. Schwerpunkt dieser Sendung ist natürlich der Auftakt der großen Woche in Iffezheim, mein Kollege Michael Kaiser. Hallo Michael und ich. Wir haben uns drei Rennen herausgesucht aus der sehr interessanten Karte hier am Samstag. Wir beginnen chronologisch mit dem dritten Rennen. Das ist das sogenannte Silber-Handicap, die Wettschance des Tages. Erste von zwei Vierer-Wetten, beide natürlich mit Garantieauszahlung. Ein Ausgleich 3 über die Meile. Schönes 16er-Feld, Michael. Und da läuft gleich dein Tipp des Tages, wie du mir sagst. Ja, Lars Horten war letztes Mal Zweiter, war davor Dritter in Frankreich zu Fremenius. Ein Pferd, was sicherlich auf dieses Baden-Baden-Rennen gemanagt worden ist. Eddie Pedrozza ist im Sattel. Gegner, unser letztjähriger Tipp des Tages. Cipiros aus dem Stall von Roland Jubasch. Dann Ex-Werner Baltromei Weissmann könnte dabei sein. Keydream und Karat. Aber ich sage, Lars Horten, den stellen Sie mal nach vorne in dieser Wettschance des Tages. Im dritten Rennen am Samstag, Auftaktveranstaltung der großen Woche in Baden-Baden. Das fünfte dann ist das Auktionsrennen für die zweijährigen Stuten. 1200 Meter Distanz. 18.15 Uhr wird die Startzeit sein. Ja, 16 Pferde, Michael. Aber man weiß nicht viel. Die meisten sind wenig bis gar nicht gelaufen. Ja, man muss mit der Stallform gehen. Gestüt Auenquelle, Uwe Ostmann, die haben vier Starter gehabt und drei Sieger und einmal Zweiter. Also die Pferde von Uwe Ostmann gehen ganz fantastisch. Natürlich Peter Schirgen mit Friedi hat auch eine Chance von Gestüt Eppesloh, wenn er das Pferd auswählt. Und noch eine andere Information, natürlich das Pferd aus dem Stall von Andreas Löwe. Ist sicherlich mit Andreas Helfenbein vorne zu erwarten. Kapitala, denn dessen Zweijährige laufen ganz besonders gut. Mein Sieger Kapitala vor Stüt Auenquelle Mollifilia. Also die Elf und die Zwei sollten sich notieren für das Auktionsrennen der Stuten am Samstag in Baden-Baden. Und dann natürlich noch das siebte Rennen. Das ist das Hauptrennen der Auftaktveranstaltung Gruppe 3 um 55.000 Euro über 2.000 Meter. Sehr interessant. Besetzt, wenn auch nur sieben Pferde laufen. Alex Shadow gegen Zazu. Und Zazu hat das Quartier gewechselt, von Mario Hover zu Waldemar Higst. Andi Suboritsch, der Reiter. Und da hast du eine Insider-Information. Ja, er hat uns geschrieben zu der Sendung. Wir sind ja seit vielen Jahren befreundet. Ich habe in den letzten Wochen öfters in der Arbeit geritten und er fühlt sich von Woche zu Woche besser ab. Sonst waren seine Säher waren seine Arbeiten auch gut. El Sheddo ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber nach der Pause habe ich definitiv sehr viel Mumm auf das Pferd. So Andi Suboritsch für unsere Sendung geschrieben im Facebook. Und wenn der Andi das sagt, dann habe ich auch natürlich viel Mumm, denn er ist ein sehr vorsichtiger Ansager. El Sheddo war dritter Jahr in München gewesen in dem Rennen mit Dorben Sander. Ist natürlich das Pferd, was unter Pari wahrscheinlich abgehen wird. Und Abidos zum ersten Mal im Gruppe-Rennen von Schlenderhahn. Der wird auch mitmischen wie Valmondo. Aber wir gehen mit unserem Freund Andreas mit Sasu als Sieger. Das ist die 705 im Gruppe-3-Rennen in Baden-Baden bei der Auftaktveranstaltung der großen Woche am Samstag. Und zum Abschluss hier unseres ersten Experten-Talks an diesem Wochenende noch ein kleiner Tipp für unsere Traber-Fans. Ein sehr interessantes Rennen am Samstagabend in Cannes-sur-Mer. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Das fünfte Rennen empfehle ich Ihnen um kurz nach sieben eine Meilenprüfung mit wirklich exzellenter Besetzung. Commander Crowe wird dort laufen. Dann die Italienerin Lana Del Rio. Rodrigo Jett ist am Start. Main Vice Arts mit Pierre Levesque. Der hat ja Einspruch eingelegt gegen seine Ein-Jahres-Strafe wegen des Dopingfalls. Mal sehen, ob er durchkommt. Unforgettable und Orso November. Das einige der Teilnehmer an dieser interessanten Meilenprüfung in Cannes-sur-Mer am Samstagabend kurz nach 19 Uhr live zu sehen bei uns im Stream. Gestochen scharfe Bilder dort von Equidia, so wie Sie es gewohnt sind. Das war der Experten-Talk für den Samstag. Am Sonntag gibt es natürlich eine extra Sendung. Auch dann wieder Baden-Baden und interessante Rennen in Durville. Bis dahin. Danke Michael. Tschüss. Tschüss.